Bira! Willst du mit uns? Bira! Hallo! Alter! Brauch ich langweilig! Okay, lebt die Küche noch? Ja, also Küche mit am Boden habe ich gerade ein bisschen sauerer gemacht. Gar nicht! Küche lebt. Bad lebt. Wieso hat mich jeder nach Corona gefragt? Ja, das kann man dir jetzt nicht zeigen was da drin ist. Nein, Trommel! Da kannst du jetzt nicht rein! Da kannst du jetzt nicht hier rein! Ja, komm ins! Oh Mann! Fehlt mein Bett, fehlt meine Couch! Nein! Alter! 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 Passte! Passte! Mein Zimmer! Was geht? Mein Zimmer! Ja! 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 Du bist ein Basketball-Corp! Und wenn du ein Puh wärst, fährst du euch! Ja! 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 Du bist das bestimmt was! Nein! Nein! Okay, das geht noch fertig, Freunde! Das geht auch noch! Aber das! Nee! 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 Nem NO! Nee! Nee! Es hat Saskia versprochen, dass es hier bleibt. Nee. Saskia, ich hab's probiert. Warum komme ich nicht ran? Wir haben alles geputzt. Ist jetzt sau schön sauber dabei. Aber das ist schon wieder... Sofie-Hotel mag er nicht. Alter. Merken wir uns für nichts zu machen. Alter. Gefällt dir das Zimmer? Ja. Alter, ein paar Stunden, es gibt Rache. Es war alles Katas Idee. Dein Zimmer ist so fertig. Du kriegst voll die Packung. Du kriegst voll die Packung. Den Spruch kenne ich, den höre ich zurzeit ziemlich auf. Wo sind meine Bücher? Wo sind deine Bücher? Hier sind sogar Bilder drauf auf deinen Büchern. Alter. Guck mal, das ist sogar ein Knotenbuch. Ja, ja, ein Knotenbuch. Ein Buch mit Plotinenwitzel. Die 20 Wochen ich morgen freigekriegt hab. Damit ich mein Zimmer wieder herrichten kann. Nein, nein, das bleibt bis... Also ich hab Saskia versprochen, dass mindestens... Ey, vergiss es! Vergiss es! Vergiss es! Juni, puh! Wo ist die Tür klingelt? Alter. Guck mal, guck mal, guck mal, das ist ein Bär. Damit schläfst du auch sofort ein. Alter. Nein. Nein. Lass den Strief drin, sonst... Alter! Billard! Guck mal, wiederkomm! Bleib heute hier! Wir legen noch eine Leitung vom Fernseher her und bleiben. Kalle! Du teigst. Aber es ist alles sauber. Ja, muss man dazu sagen. Wir haben sogar gefegt. Ja, wir haben sogar den Müll leer. Wir haben alles abgestaubt, Müll aufgesammelt. Mir geht es noch kiffen über der, ich bin so ein Mega-Odler. Ich finde es so schön. Ein wunderschönes Zimmerchen mit Tietl. Wunderschöne Musik. Du hast den Kran ja noch gar nicht aufgespäht. Du fällst noch. Pferdefreunde Kalender. Und die lustige Fliege, oder was? Sie hat den Käfer noch gar nicht gesehen. Sie hat den Käfer noch gar nicht gesehen? Okay. Ihr habt alles gesehen. Ein Liebespferd. Das Tietl Käseblatt. Ganz schwuggelnd Bild. Alle Marschen, du bist so fällig. Cool. Ein Elefant. Kennst du die Folge bei Jackass, wo es das halbe Zimmer blau streicht? Ich werde nie ein Morgentyp sein. Das ist das einzige Gute. Nein, das war super, wir kommen, ist auch gut. Ich bin gerade auch drunter. Weißt du, Schluß, alles was hier drin ist, gehört ja wahrscheinlich nicht von mir. Das ist ja alles irgendwann wieder weg. Wenn ich das wenigstens behalten dürfte. Das ist alles dein? Das ist ein Fun-Shot. Nee, ähm, meine Schwester will die Tasche dazu verkaufen. Entschuldigung. Es ist mir schon klar, dass das alles von dir ist. Nee, nicht alles. Da warst du ja auch noch was gekauft, echt. War schon klar, als ich das gesehen habe, war schon klar. Ich habe mich unkostengestürzt. Das habe ich dir gemacht. Das habe ich dir gemacht. Hey, dir warst du nicht irgendwas Produktives machen können? Wir haben gekauft. Du bist die Round-Anlage einbauen, oder den Baumstab festschrauben. Sollen wir ein Bierchen trinken? Eins. Oder eine Flasche Wodka da. Alter. Wir haben uns jetzt vor uns so Mühe gegeben. Ja, ist das gerade Ordnung in deinem Sinne? Da kommt jetzt mein Fenster hin. Ordnung und Sauberkeit. Das ist das erste, was ich reinhole. Und dann hole ich meine Klamotten rein. Guck mal an die Duftdinge. Ich hoffe, wir haben die Geseckwäsche nicht mit der sauberen Wäsche trinken. Nein. Nein. Wir haben wenig Pugelswäsche. Guck mal, dann schreib, dass ich jetzt auf dem Auto und du hast Platz. Schön, gell? Guck mal. Die Einhörner. Und die Enkel. Ich war da nur 48 Stunden weg. Und der Riesen-Kohle-Kuli. So schön. Magst du uns nicht mehr? Im Moment? Nein. Absolut nicht. Ich finde es schön. Ich finde es auch wunderschön. Ja, gefällt es auch. So ein wunderschönes Zimmer. Es ist Mittwoch. Mhm. Vielen Dank.